Willkommen zurück zu einer neuen Runde TTT, mit einem Haufen Idioten! Der Rosibi, der Swiss, der Lotharhead, der Zarok und der Motschi! Wir haben hier den Zarok. Der Zarok, der Zarok, der Zarok. Hallo ihr zwei! Ahhhh! Zarok, was geht? Ja, auch wieder da! Ah, schön! Lasst uns ein Magazin kaufen. Leck! Ja, kurzer Leck. Der Zarok, du bist gerade im Kurs. Ich weiß, weil ich einen scheiß Anbieter habe! Voll geil! Mono ist hier, Mono ist hier. Hallo! Schokodrink forever! LOL! Was war jetzt? Was war jetzt? Machi, Machi, Machi. Ja, was? Du bist bei mir. Wer, was? Wer hat wen getötet? Mono, 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 Mono. Der Brother ist hier. Der Brother ist in der Welt. Der Brother ist in der Welt. Ja, der ist doch ganz angeschossen. Oha, Mono schießt's hier. Mono schießt's? Ich schwöre, der ist hier vor mir. Ey! Ich war das nicht, der ist vor mir umgekippt. Hör auf's schießen, Mann! Du hast geschossen! Nein! Ja, weil du zuerst geschossen hast. Nee, du hast auf ihn geschossen, dann bist du hingelaufen. Nein, der ist vor mir umgekippt! Ey, ich bin wegen... Fahrer als ob! Ich hab nicht geschossen! Mono, was ist hier passiert? Ich bin hier allein gelaufen, der ist vor mir umgekippt. Und ich hab nicht gesehen, wer das war. Alles klar. Ich bin grad gekommen, ich war bei Brathering. Da gucke ich mir die Aufnahmen in Slow-Mo an. Hat jemand Twitch an? Hat jemand aufgenommen? Verdammt! Ja, aufgenommen, ne? Ich hab alles aufgenommen. Zumindest das Gesprächliche. Jetzt sind wir halt alle da. Wo ist Mono denn jetzt hin? Mono ist da hinten, da hinten. Ich bin nur ein bisschen in Deckung gegangen. Ja, das hab ich gesehen. Wer hat dich angeschossen? Der Brathering! Ich hier. Auslosehen. Das Verfahren, oder wie? Ja, einfach so! Weil ich ein Monitor durch die Gegend geschossen hab. Ich wollte den Monitor an... Ich wollte den anderen Monitor wegschießen, dann ist er jetzt vorgegangen. Ähm, Swiss, 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 Swiss... Bitte nicht! Ich bin die ganze Zeit hier! Mono ist badly wounded. Ja, natürlich! Weil das Swiss voll auf mich geballert hat. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist. Ja, ich bin auch besser gewohnt jetzt. Ich hab wieder den Brathering. Ey, 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 ey! Brau, bleib mal stehen, ich hab noch einen gut. Ja, okay, schieß doch. Syrod! Hallo! Wirklich? Ey! Sepp, Sepp! Ich hab noch einen gut bei ihm, beobachte mich! Solange du mich nicht tötest... Okay. Was ist jetzt los? Ist so still? Ich hab Angst. Das war... Syrod lebt noch. Ja. Ja. Ich hab nur meinen... Jetzt sind wir alle wounded, oder? Ja. Ich bin badly wounded. Ja, Sepp ist noch nicht wounded! Doch, ich bin badly wounded! Ich hab mir selbst angegriffen! Ich wollte den Fass in die Luft jahren! Hallo, Ze... Dabei nicht! Was? Du warst gerade mit mir auf einer Ebene! Ja! Kommt der denn her? Ähm, Brother, Brother... Du bist dann wieder runtergegangen! Brother, 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 Brother... Alter! Ah! Lull! Alter Schwede! Ich finde meinen... Ich finde meinen Anbieter übrigens nicht ganz so geil, ne? Ich gehoff' nicht! Ist nie draußen! Ja, müsst ihr alle den Vertrag abschließen für! Ich muss nur noch den Namen sagen! Sepp, Sepp, was ist los! Sepp, hab ich gemacht! Ja! Du hast Sepp gemacht? Nee! Ja! Wohl! Sepp, bist du gemacht worden? Ja! Richtig heftig! Ja, richtig hart, ne? Wer ist das? Mono! Mono, Mono, Mono! Mono, Mono, Mono! Sebastian, Mono! Also ich bin immer noch davon überzeugt, dass Mono auf den Typen auf Mochi geschossen hat! Ich hab nicht... Der ist vor mir... Der ist vor dir umgefallen, da sind wir... Dann hätt ich doch einfach auf dich... Dann hätt ich doch einfach auf dich weitergeballert! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte! Als aufzuhören zu schießen! Du hast... Neben dir ist auch einer umgefallen, als ich... Dich bitte nicht, und am Ende war's das! Dann hätt ich doch... Dann hätt ich doch weiter auf dich geballert und versucht, dich zu... zu versuchen... Also Zaro bleibt mit mir rum und macht mir Angst. Ja, ich weiß. Mach ich auch. Wenn er wieder healthy ist, dann wird das auf jeden Fall. Healthy ist er? Ich? Ich habe doch vor dir auch noch Respekt, dass du mir deinen Rücken pullst. Ah ja. Ähm. Wo, wo, wo? Sepp, lebst du noch? Nono? Sepp? Ja, ich lebe noch. Sepp? Rubble? Hat den Monschi eigentlich mal einer hier konfront? Ich mach das Rubble. Äh, Swiss, warte mal, wo ist der Bumbo hingegangen? Leck. Oh ne, ich stand gegen die Wand. Ja, Mann, der Ring. Von beiden Seiten Penner. Nice, nice, Cyrox. Schöne Runde. Schöne Runde. Ey, den Sepp macht eigentlich eine gute Idee. Bumbo. Ich rufe auch noch so. Mono, aua. Es ist ganz langsam bei mir durchgesickert. Ich kenne so, fuck, ich bin alleine. Zwei. Dann werde ich einfach mal schießen. Das war eine gute Situation. Ey, den Sepp, ey, ihr habt eine Reaktion mit einem Oma. Den Sepp macht eigentlich eine gute Idee. Bam. Vor allem sage ich noch so, aua, mono. Dann sterbe ich. Ich habe aber gar nicht auf den Sepp geschossen. Nee, die Mochi hat aber... Ich habe eine Plasma-Kanade. Wo ist denn der Mono? Deswegen habe ich angefangen, auf dich rumzubauen. Auf dir rumzubauen? Ja, ja, ja. Da ist er, Mono. Ich habe eine Plasma. Du hast die Pflanzen hier kaputt gemacht. Alter, ich wollte, glaube ich, wieder mal ein kleines Traitor. Was soll denn das? Was ist einfach mal sein? Smoke. Was war denn? Hätte ja funktionieren können. Ähm, Zahrok läuft hier rum. Ja. Mit irgendwen zusammen. Ja, ich mache gerade fett Polonaise. Was machst du da oben denn für Bullshit? Fässer kaputt. Wir haben hier nur Fässer kaputt gemacht. Ja, äh. Wir sind soziale Experten. So, was möchtest du denn essen, Mochi? Hier, Bestellungen werden hier angenommen. Wo ist denn hier? Ja, an dem Essensschalter. Mochi, 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 Mochi. Oh, wo auch immer du stehst. Oh, oh, oh. Also, wenn jemand eine Waffe braucht, wenn jemand eine Yuge braucht, hier hinten sind die Yerlinge. Eine Yuge ist Kacke. Eine Yuge. Hey. Hier sind drei Millionen Yuge drin. Mono, Mono, wirft Waffe weg. Was? So ist das es? Da sind drei Millionen Yuge drin. Mono, wirft wieder Waffe weg. Zahrok, mach mich jetzt. Zahrok, mach mich jetzt. Geh mal da rein gucken, ich geh weg. Geh gucken. Geh mal gucken, ich geh weg. Achso. Nee, das spiel ich nicht. Da sind voll viele Waffen. Warte mal, lass mich mal was zeigen. Ja, ja. Wow. Zahrok schießt. Das ist korrekt. Zahrok, mach mich jetzt. Das ist weniger korrekt. Obwohl, das ist eigentlich eine gute Idee, ne? Ja. Sepp? Okay, wir haben einen. Mochi, Mochi, er hat eine Melone. Nein. Ich hab gar nichts. Oh Mann. Schön gemacht. Schön gemacht. Ja, das stimmt irgendwie teilweise. Hast du nur eine Pistole gehabt? Was? Hattest du nur eine Pistole? Das gerade? Nee, das war eine Baby-Launcher. Nein, nein, nach dem Baby-Launcher war das okay. Nach dem Baby-Launcher war das okay. Da ist eine Pistole rumgelaufen irgendwie. Äh. Warte, lass mich überlegen. Nee, ich hatte... Hat der Zarok meinen Kill geklaut, ey. Ja, du bist umgefallen. Kann ich da nichts führen. Ja, hättest du mich ja mal auffangen können. Nee, so weit sind wir noch nicht. Ich glaub, der Nigger ist ganz nett. Ich muss mal den Brolauter machen, dann höre ich mich gar nicht. Wer hat denn die Leiche probiert, äh, zu den Swiss erkannt? War das Sepp? Komm, wir hatten uns ja. Brother, brother, brother. Ach, dann hast du die Schrotze bekommen. Se, wie ich mich da entdeckt. Brother, bist du eigentlich auch YouTuber? Die ganze Zeit hinter dir. Ich war nicht entdeckt. Bist du auch YouTuber, brother? Brother und Mono. So ungefähr, ja. Alles klar, dann brauchen wir noch deine URL, ne? Die sind alle ungefähr. Nee, der, 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 der Bro ist MyVideoer. MyVideoer? Was? Nee, gibt's das noch? Ja, MyVideoer. Kann man da überhaupt noch hochladen? Und Pornhub. Dann lade ich Microfüße. Pornhubber, Junge. Ja, Pornhubber. Alles klar. Sind wir nicht alle ein wenig Planhaber? Ah, Mochi, du alte Pissnel-Camp. Mochi. Ich darf es nicht zwei Euro jetzt killen. Let's miss 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 miss. Wo ist denn mein, 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 mein Bro? Ich bin mein Bro. Okay, wo ist der? Mono, Mono die Hust. Wieso kommt da noch einer um die Ecke? Weil ich's kann. Habt ihr den nächstes weg gemacht jetzt? Oh, sorry. Aus, aus, ich bin ausgerutscht. Ich bin ausgerutscht. Nein, nein, ich bin's nicht. Also du hast. Okay. Also Sepp ist safe, Zepp ist safe. Zepp läuft hier rum. Zepp ist safe. Ich sag doch Zepp ist es. Das ist ja fast so ne geile Aussage wie ich hab mir meine linke Maustaste unter der Tastatur eingeklemmt. Ja, ja. Miss, ja mach mich doch. Du bist ein Schrader. Nein, ich will dich nicht machen. Mach mich, komm. Nein. Lass mich in Ruhe. Brother läuft da hinten rum. Achso, Sepp. Sepp, mach mich. Schwitzi, komm. Nein. Komm. Könnt ihr mich hören? Komm. Provozier mich nicht. So, wer ist das hier? Mit der Negev. Sepp, Sepp ist bootlegger? Achso. Da kam der dann um die Ecke der Serie. Ich weiß es nicht. Und den schönen und stillen Wecken moxen. Ja, ich bin mit der Hugo unterwegs. Okay, Sepp ist proven. Heißt Swiss oder Bro? Oder du. Wenn's kein Random Kill wäre, würde ich dich so gerne machen. Ja, ich würde mich auch so. Das hört mir so nicht fing an, weil du's immer bist. Du hast das Gefühl, dass ich beim Zahler kommt. Ich bin immer. Er ist jetzt immer. Grundsätzlich bin ich das immer, ne? Ja. Warte mal, sind die zwei hier schon? Ja. Aber der Bro. Warte, es ist auch sein, der zieht's auf mich. Jetzt zieht alle auf allen. Achso. Und Bro. Hallo. Hallo. Wer der Bro ist es? Melon, Melon, Melon. Der Bro ist es. Einer hat er noch gehobelt. Wunderschön. Ich möchte euch mal meinen Chat verlassen. Ja, das brauchst du nicht ihm sagen. Sorry. Das hat mich auch dafür wundert, warum ich das doppelt höre hier. Ich hab noch ein HP, wer immer die Dinge geschlossen hat. Ich hab noch ein HP. Guck mal, erste Runde im Monospiel erledigt Rolle Traitor. Zweite Runde, Zahler, Innocent. Sepp, Innocent. Ach ja. Bei Zahler, Innocent, da war ich Traitor. Bei Sepp nicht. Ja, da kommt der Sepp da noch um die Ecke. Ich hätt den so schön wegmachen können. Wer auch immer da stand. Ich hab zwei Kills hintereinander einfach so. Ja, du hast mich gekillt. Du hast auch frischer Tat, der Tat sozusagen. Sepp, 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 Sepp. Oh Mann! Aua! Was wird denn hier so rumgeheult? Ja, der Sepp hat irgendwas. Wer ist das? Sepp, 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 Sepp. Ich werd einfach nicht straight. Was ist das? Ich krieg die Schottgang. Sepp, also, wenn du eins erstes wegwirfst. Mochi steht, Ratha steht. Sepp, lebst du noch? Ja. Wir haben nur Waffen getauscht. Das Gute war, dass, äh, der Zahler auch wahrscheinlich Traitor ist. Und deswegen auf meine Forderung eingegangen ist. Scheiss, oh ne Spaß. Zahler, was macht deine Verbindungen? Hallo Bro. Nicht gut. Gero ist es. Das ist der Swiss. Der ist auf mich auf Säbis. Der ist auf mich auf Säbis. Ja. Alles klar. Wow. Hat der schon wieder einen random kill gemacht, der Säbis, oder was? Der hat auf mich geschossen. Alles klar, Säbis ist für mich proven. Ich bleib jetzt beim Säbis. Okay, Swiss. Swiss. Ich will auch zu Säbis. Wir können alle zum proven guy. Wo ist der? Da hinten sind der! Oh, 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 oh. Zahrok. Uno und Sepp. Oh no. Wo ist Sepp? Ich bin proven. Da ist Sepp! Da ist er so. Das sehe ich jetzt nicht aus. Ja, ja. Alles gut. So proven bist du jetzt auch nicht. Ich bin überhaupt nicht proven. Ja, genau so sieht's aus. Wo ist denn der Bro? Ist der Bro tot? Der Bro ist tot. Der Bro war Trailer. Nein, ich dachte der Mochi war Trailer. Stimmt, der Bro war Trailer. Zahrok, zahrok, zahrok. Der kommt so auf mich zu gerannt. Und ihr wisst ja, wenn jemand auf mich zu rennt, dann mach ich das. Der Bro hat gerade wieder seinen Leck. Boah, der leckte durch die Gegend. Der ist Hacker. Der hat gerade wieder seinen Leck. Das ist ungerecht. Für mich und für euch. Wir sollten dann einen Trailer machen. Ich habe einen Trailer. Jetzt habe ich ihn Leck und weg bin. Mochi ist auch tot, ja? Ja. Warum eigentlich? Der hat den Mochi gemacht. Der hat den Trailer. Der Bro hat den gemacht. Ja, wahrscheinlich der Bro. Deswegen haben wir von dem auch keine Informationen. BZ? BZ und Zapp. Ich glaube der Mono ist das. Der ist gerade weg. Ne, ich bin hier. Ich beobachte euch. Wie, wo? Ach, da. Sag ich nicht. Durch die Bibliothek durch. Das kommt schon gleich anders nach hinten. Also ein hinterrückses... Was? Da, 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 da. Wer ist das? Zahrog. Zahrog. Ich wusste es. Alles klar. Der Zahrog. Zepp, lebst du noch? Ja, ja. Der Zahrog. Der Zahrog. Der Zahrog. Der Zahrog ist es. Der Zahrog. Der Zahrog. Der Zahrog. Der Zahrog ist es. Boah, die Zeit ist aber auch hier... Du wirst nicht auf Neweggen... Ich bin betracht... inex satisfied. Noch haben wir noch viel... Zahrog, der rennt mir immer hinterher. Da locking... Ja, weil du dich ver thankful... Ja, natürlich! Ja, fast der Mono ist es, der verpieselt sich nämlich immer zu Gruppendingern. Oder du? Ja, hallo? Oder der Swiss, ne? Ja, oder der. Oder der. Wow, ist der gerade geschossen worden? Hat sich der Mono gerade selbst in die Luft gesprengt? Nein. Da ist Peter. War das eine Bombe? Doch, das war eine Bombe. Doch, das war eine Bombe. Nein, nein, nein. Ich bin noch mal aufgehoben. Das ist toll. Lass uns mal auf die andere Seite der Menschen gehen. Ja, das stimmt allerdings. Bitsi will was kaufen. Ne, ich will nichts kaufen. Ich lauf nur gegen die Tische. Bitsi hängt am Tisch. Ich kann nicht seitlich laufen. Also für mich ist es Mono. Ich dachte jetzt... Sebi, ich hätte dich locker machen können eben. Ja, hält es so, aber... Ja, der Sebi, der macht mich jetzt direkt, weil wenn der eine Vermutung hat, dann geht er direkt auf Random Kills. Darf ich in den Raum stellen, dass jeder den Sebi machen könnte? Ja, das stimmt. So wie jetzt zum Beispiel. Jetzt kann ich ihn wegrotzen. Na ja, wäre unklug, wenn da der Suiziden im Stehen... Obwohl, der könnte ja dein Traitor-Kollege sein. Nein, weil wir einen Traitor aufgedeckt haben, Junge. Ja, den habe ich sogar gegeben. Aber der Tsairoc kennt auch meinen Aim, deswegen könnt ihr das durchziehen. Ja, aber ihr kennt auch meinen Aim, ne? Wo ist denn? Tsairoc! Dammit! Ah, das war's, Tsairoc? Ja. Gut. Siehst du, ich wusste doch, dass es du warst. So langsam, so langsam spüre ich das in der Tsairoc. Ja, das ist mein, das ist mein Anbieter, weißt du. Ich war auf Saps Kopf und dann war ich komplett am Tap vorbei. So langsam spüre ich das. Ja, ich spüre das jede Runde, das ist mein Problem. Ich auch. Und nur, wenn ich dann richtig fliege, dann denke ich immer so, jawoll. Ja, dann kriege ich den Schwitzi, kriege ich so Premium weg und dann der Sap wieder auf vier verschiedenen Positionen in zwei Sekunden. Ja, wenn du mal so rückwärts läufst, dann bin ich meistens auch noch in der Nähe. Das hör ich doch alles. So, Machi ist hier. Ja, so ist das. Du hättest echt mich kämen müssen. Das wäre die Idee. Ja, alle in der selben Stelle. Typ, der Schwitzi ist schlecht selbst schießen. Ja, das stimmt. Hättest du gemacht. Da kann er nicht mal was gegen sagen, das wäre die Idee. Oh, hi. Was ist jetzt da in die Luft gegangen? Svisi, 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 Svisi. Äh, oh, ich hab auch hier. Aha, 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 aha. Wow, wow! Was war das? Du bist gleich. Machst du das? Machst du das? Ein Kollektivist Whom. Mono, mal wieder. Da musst du da auch mal random killen. Mach ihn denn da! Ich hab Mono mal gemacht. Warte, warte, warte. Warte, warte, Mono Traitor. Ich bin schon wieder Proven. Hältst du jeder Runde bin ich Proven? War das ein random kill, oder hat er dich geflossen? Der hat auf Mods-Ski geschossen, beziehungsweise hier auf Woppis. Alter, du bist auch immer am Tatort, ne? Ja, ich bin immer zu schnell, er ist einfach nicht brauche. Ey, der Sepp ist so der Detective-AB, ne? Ja, ohne Spaß, der da hinten ist der andere, wette ich. Der Schwitz, der Schwitzi ist der andere. Nein, nein, ich bin's nicht, ich hab wieder Zahre gebucht. Der Schwitzi? Ich bin der Meinung, dass es der Schwitzi ist. Schwitzi glaubt immer, dass wir hier drin. Statistisch gesehen, müsste erst sein. Statistisch gesehen, müsste es auch irgendwann sein. Ja, aber ich hab gerade den Traitor gekillt, also wir wissen es nicht. Warte, 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 eins, zwei, drei, einer fehlt. Bro, wo ist der Bro? Ich bin hier. Entweder der ist, oh, du bist da lebt. Ah, lebt noch. Ich glaube, dass es der Schwitzi ist. Ich glaub's nicht. Alter, wenn ich ein Traitor-Kollege wäre, würde ich jetzt so upragen, wie schlecht der Mono eigentlich ist. Da hinten, guck mal, da hinten steht er. Der Bro, der Bro sniped, der Boru. Der Bro sniped. Der Bro sniped. Also er hat ne Sniper. Fuck you, Dad! Ja, ich hab ne Sniper. Hä? Wir spielen den auf der Map mit der Nase. Achso, der hat wieder seinen Lack. Ey, pass auf, wenn die Silenced vom Bro kommen, dann ist einer hier mindestens weg. Echt? Okay, ich will das nicht sein. Und alle weg. Loll! Otterna ist tot. Weißt du, ist einer tot? Ja, aber es leben noch alle. Oh, schade. Also ich hab den Bro im Blick. Also ich hab, ich bin davon ausgegangen, dass ich, ja doch hier, Mono ist tot. Ja, der ist schon länger tot. Ja, ja. Der ist gerade eben gestorben. Ja, identifizier einfach noch drei Mal, ne? Der ist nicht gerade eben gestorben. Der ist schon ewig tot. Wie verdächtig er einfach ist jetzt. Sarok? Ja? Ja? Ich weiß, wie ist er eigentlich noch da? Er wird ihn wiederbeleben. Ja, Schütti steht da hinten da, der verpieselt sich gerade. Nein, nein, ich verpiesel mich hier gerade. Hallo, mein Traitor-Kollege, ich bin wieder am Leben. Hallo. Alles klar, Bro killen, ne? Es ist... Nein, klar. Macht halt kein Karma abzug. Die Verlockung einfach jetzt den nächsten umzuhauen ist nicht gerade gering. Ja. Das stimmt. Guck mal wie er auf mich zielt, weil ich gehört bin. Wie er mich verfolgt. Weil ich einfach schon fast down bin. Ich hab... Ey, ich seh's, ich hab gleich wieder nen Blick. Also ich kann ruhig... 2-3 Minuten warten. Ja, ja. 2-3 Minuten? Was denn jetzt? 2-3 Minuten, Junge? Bei mir sind es 2. Ich weiß nicht, wie viel's bei dir sind. Ja, 2 Minuten und eine Sekunde. 1,50. 1,58. 1,57. Okay, okay. Wir setzen das mal nicht fort. Okay. Leute! Der Zeirock ist es. Das du nicht umfällst. Ich war drauf ohne Ende. Der Zeirock ist in der Bibliothek. Ist... Traitor. Ich hab noch ein Leben. Ach du shit. Und trifft mich nicht. Hoffentlich. Allerdings. Er ist im Flieger. Er ist im Flieger. Lass du nicht hoffen. Das ist ne... Ne... Geile... Gereimtheit. Wann sich die? Ich glaub wir sind jetzt gleich... Ja, Zeirock ist unten im Flieger. Zeirock ist unten im Flieger. Zeirock ist unten im Flieger. Genuch ein, Lieben. Ich hab ein... HP. Kann jemand zu mir kommen? Wo bist du denn? Im Flieger. Ja, sag doch wo du bist! Da war er zuletzt. Unten. Zeirock kommt rein vorne. Ja, ist vorne. Ja, ist vorne. Ja, ist vorne. Das wird eng. Das wird arg eng. Das macht jetzt gleich... Das wird arg eng. Nein! Cheater! Cheater! Was soll ich denn... Was soll ich denn machen, wenn ich immer gegen zwei kämpfen muss, weil der Sepp immer um die Ecke kommt, wenn ich gerade schieße? Das war wohl echt nicht wahr! Sepp, ohne Spaß! Ich war mit der Schott hier auf deinen Kopf. Ja, du hast... Du hast den ganze... ähm... 55 Schaden gemacht. Richtig klein! Ja, und das war ein Kopfschuss mit einer Shotgun. Dass du nicht um... Der Sepp, der wird jetzt als erstes erstmal random gekillt, damit der nicht wieder hier... Damit er nicht so weiter geht. Alles bezeugt. Ja. Ich frage mich an die Bezahlung, wie ich deinen Schuss überlebt hab. Diesen Kill von Sepp hab ich gerade auf Aufnahmen. Ja, du bist ja auch am Lacken wie so... wie so'n Lacker. Eigentlich, wenn du uns nicht mal machst. Oder welchen? Eigentlich, wenn der Sepp umgibt. Uh! Ja. Eigentlich mir auch schon häufig gedacht. Ist doch meistens nicht passiert. Sarok, dein Ping ist gar nicht so schlimm. Was ist denn da los? Äh, Mochi? Weiß ich nicht. Mein Anbieter ist er karrt. Okay, ich darf mal wieder Detective spielen, glaube ich. Wo, wo, wo? Sarok, Detective! Mochi! Ben! Ich hab Angst vor Mono. Der random killt ist, glaube ich, alles. Ne, nur den Sebi. Okay, der ist hier bei mir. Der ist jetzt vor dem Flugzeugeingang. Ja, hier mit. Na, ist gleich komme. Warte, ich komme. Ja, wo ist denn der Bro? Der Bro fehlt hier schon wieder. Ne, der Bro fehlt hier. Ich hab'n Lagerfeuer gemacht. Alles nice! Der Sepp haut ab! Der Sepp haut ab! Ich komme, ich komme... Ich haue nicht ab, ich gucke nur! Der Sepp hat ne Schrotze. Da vorne kommt der! Da vorne kommt der! Da vorne kommt der! Junge! Da liegt doch eine! Wo? Beim Flugzeugeingang. Wow! Lauf ich jetzt natürlich nochmal hin! Ey, mach doch! Lagerfeuer auf! Mochi ist das... Von mir, das ist Mochi. Was macht ihr denn da? Mach mal! Mochi gerade noch am Lachen, ne? Musstest dir das Lachen verknallen, ne? Ne, das bin ich nicht auch! Das ist halt jetzt behindert, wenn ich auf'n Peter höre. Obwohl, der Peter macht meistens gute Ansagen, ne? Echt mal. Äh, wer ist da? Zepp, Zepp! Oh ja. Hallo Mochi. Zepp und Mochi, Zepp und Mochi. Also der Browser, der kümmert sich gar nicht um mich. Wo ist denn der Bro? Der Bro und der Mono, die kommen hier nicht raus. Äh, oder rein. Wir sind draußen, wir machen Lagerfeuer. Wo ist der Mono? Alles klar. Aber mein Browser. Der Mono ist es diese Runde nicht, meines Erachtens. Sonst wärst du tot. Das ist Zepp! Ja, sonst wär der auf jeden Fall tot, ey. Ich hab noch wieder Lägel, Lägel, Lägel. Und wenn ich selbst bald drauf gehen würde. Im Rooftops wär ich schon lang tot. Neue. Der Browser hat sich gar nicht um mich gekümmert. Ich stand die ganze Zeit neben dem. Ich glaube, es ist Zepp. Zepp. Zepp, 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 Zepp. Von mir aus gesehen. Mochi. Das kann nicht wahr sein. Ohne Spaß jetzt! Okay, da wird irgendwo gebettelt. Mochi. Sind wir tot? Ich bin mit Jungs, komm her. Zepp. Ah, jetzt ist da hinten auch noch jemand. Mochi. Zepp. Zepp. Ich muss mal wieder das Detective spielen. Wo seid ihr denn alle? Ja, der Zepp macht wieder das Detective. Der Browser ist auch da. Der Browser ist bei mir, Browser bei mir. Hey, 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 hey. Irgendwo wurde nämlich geschossen. Ich weiß noch nicht wo. Ich hab noch nie den Mono und den Schwitziges. Jetzt hab ich den Mono gesehen. Ich glaub, Zepp ist es. So, Zepp ist hier. Mochi ist hier. Hallo, Schwitzi. Hey. Schwitz... Wie wird dein Name eigentlich ausgesprochen? Wie wird mein Name? Mein Name? Zahrog läuft mit hinterher. Zahrog, Zahrog, Zahrog ist es. Das ist relativ einfach. Ja, da bin ich schon. Zahrog, 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 Zahrog. Der macht mich jetzt. Der macht mich jetzt. Der rennt mich schon wieder so hinterher. Stroke light, Stroke light. Das könntest du hier so auskennen. Du wusstest nicht wem du weiter hinterher rennen sollst, ne? Nee, ich wette, Zahrog ist es. Ich wette, Zahrog ist es. Ich wette, Zahrog ist es. Mein Gott! Hast du es wieder im Urin, oder wie? Ja, ich hab's im Urin. Achso. Du brauchst es denn so lange? Zahrog, Zahrog, Zahrog. Zahrog, 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 ich leck mal wieder. Ich bring, ja, ich weiß, ich bring ihn um. Wie soll ich denn so irgendein Battle gewinnen? Was ist das? War das ne Morddrohung? Ja. Morddrohung. Wir haben es auf Aufnahme. Alle Leute vom Anbieter, Junge. Alter, schon wieder. Du lagst auch echt des Todes. Du lagst hier hin und her des Todes. Ich weiß, das ist nicht meine Ab... Oh, Zarok, geh weg. Das ist Takt, Zarok. Geh weg. Geh weg. Bei mir ist es aber auch ein bisschen ruckalig, muss ich sagen. Sibi, 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 Zarok, 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 Zarok. Mono, 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 Mono. Ich muss mich entscheiden, wenn ich nachlaufe. Kann man ja nicht auf Klo gehen? Sorge, Sibi. Also ich vertraue Mono irgendwie am meisten. Zarok, Sibi, Sibi. Ich weiß, dass du mir gleich in den Rücken fallen wirst. Hast wer, Bro. Dann muss ich erstmal meine Punkte checken. Mono und Sibi. Ich gewinne sowieso nicht mehr, keine Sorge. Das nicht, aber vielleicht werde ich ja nicht letzter. Ist das ein Koffer? Sibi, verfolgt mich, Sibi, verfolgt mich. Ja, weil ich dir am meisten vertraue. Soll ich dir nicht. Das ist nicht mein Problem. Sibi, 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 Sibi. Das wird mein Problem, wenn du mich killst. Aber, äh, das ist also egal. Moment mal, 4,4,5,5. 4,5,5. 4,5 random kill, Junge. Der Seemidee hat aber schon viele Punkte, oder? Ey, ich seh den Leg schon wieder kommen. Ich seh den Leg schon wieder kommen. Ich komm nicht durch. Echt? Wie springt man da? Ey, komm mit Kompetenz hier. Ah, ich hab's auf dem ersten, first try, first try. Weil ich runtergefallen bin. Okay. Von dem Dach da oben. Was brutzelt hier eigentlich so? Warte mal, ich hab auch noch andere. Mono hat das Fenster kaputt gemacht. Das ist sehr verdächtig. Das Fenster ist nämlich eigentlich Pooven. Das Fenster ist Pooven, deine Mutter ist Pooven. ZAROK! Hä? Wo ist er? Mono? ZAROK oder Mono sind es, ist es. Ah, ZAROK! So, einfach mal alle machen. Läuft! Mann, ich bin nicht einmal Trader geworden. Einfach mal alle machen. Und ich hab's mal wieder gewusst. Ich sag doch, beim ZAROK spür ich das. Keine interessiert's. Einfach mal alle machen. Alles klar. Sepp war gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss! Tschüss!